Meistens komme ich mit dem Fahrrad zur Arbeit. So bin ich morgens schon wach, wenn ich ankomme. Ich bin Leon Fischer, 18 Jahre alt und mache eine Ausbildung zum Workzeugmechaniker bei BWF Profiles. Mir war schon immer klar, dass ich einen handwerklichen Beruf erlernen möchte. Durch Familie und Bekannte habe ich von der BWF Group gehört und dort erstmal ein Schnupperpraktikum absolviert. Weil es mir direkt gut gefallen hat, habe ich mich da auch gleich beworben. Angefangen hat alles mit den Work-On-Days. Ich habe mich gleich wohlgefühlt und als Teil des Teams. Zuerst habe ich eine Metall-Grundausbildung gemacht, bei der ich typische Handgriffe wie Fallen lernte. Später kamen verschiedene Maschinen dazu, wie zum Beispiel Dreh- und Fräsmaschinen. In der Werkstatt habe ich mit verschiedenen Abteilungen zu tun, wie der Konstruktion, Produktion oder der Werkzeugvorbereitung und habe deshalb Kontakt mit vielen Kollegen. Im zweiten Ausbildungsjahr habe ich noch andere Abteilungen durchlaufen. Das hat mir geholfen, auch komplexe Abläufe besser zu verstehen. So typisch BWF Group ist, dass alle gut drauf sind und man sich sehr gut versteht. Und wenn man mal Hilfe braucht, ist immer jemand zur Stelle. Man wird auch in der Ausbildung nicht allein gelassen. Die Prüfungsvorbereitung ist top und wenn es mal schwierig wird, gibt es immer jemanden, der weiterhelfen kann. Ich habe schnell Verantwortung bekommen und übernehme mittlerweile auch schon selbstständig Aufträge für die Produktion. Dabei ist präzises Arbeiten wichtig. Wenn zum Beispiel eine Lehre nicht passt, passt das Produkt am Ende auch nicht. Meine Ausbildung macht mir Spaß, weil es einfach nie langweilig wird. Ich freue mich schon drauf, wenn ich das erodieren lerne. Dann kann ich die Werkzeuge komplett selbst fertigen. Außerdem werde ich bei der BWF Group nicht nur gefordert, sondern auch gefördert. Dadurch habe ich viele Chancen, mich im Beruf weiterzuentwickeln und ich lerne jeden Tag was Neues dazu. Mich motiviert es auch voll, dass man am Ende vom Tag sieht, was man geschafft hat. So schließt man jeden Tag mit einem kleinen Erfolg ab. Jetzt bekomme ich noch einiges beigebracht und ich freue mich schon, wenn ich in der Zukunft mein Wissen hier im Unternehmen weitergeben kann. Das ist meine Geschichte bei der BWF Group und meine zwei Erde hier sind erst der Anfang.